Zuletzt gab es mehrfach Gerüchte um eine Trennung von Estefania Wollny und Freund Ali. Jetzt ist klar. Ein heftiger Streit zwischen den beiden ist auf Silvia Wollny zurückzuführen. Seit mehreren Jahren ist Estefania Wollny mit Ali zusammen. Doch das Paar leidet enorm unter der Fernbeziehung, die sich nur dann auflösen lässt, wenn Este hin und wieder in der Türkei ist. Ein Deutschlandbesuch von Ali ist nicht möglich, weil das von ihm beantragte Visum schon mehrfach abgelehnt wurde. Umso wichtiger ist es der 22-Jährigen, die wenige kostbare Zeit, die sie mit ihrem Liebsten hat, sinnvoll zu nutzen. Silvia Wollny ignoriert Wünsche von Tochter Estefania und deren Freund Ali eiskalt. Das Problem. Mutter Silvia Wollny hat leider ganz andere Prioritäten. Das zeigt sich auch in Folge 2 der neuen Staffel von Die Wollny, eine schrecklich große Familie. Hier steht nämlich die Abreise der Wollnys aus Ilika an und somit auch die vorläufige Trennung von Estefania Wollny. Doch statt ihre letzten gemeinsamen Tage genießen zu dürfen, wird das Paar nicht nur für die Betretung von Sarafina Wollnys jüngstem Kind Hob eingespannt, sondern auch für den Hausputz. Für Estefania ist die Reinigung des Hauses eine völlig unsinnige Aufgabe. Sie erklärt Mama Silvia ihr Bedürfnis, doch Mutter Silvia schreit und motzt, bis sie sich durchgesetzt hat. Immerhin möge sie es am liebsten, bei ihrer Rückkehr ein sauberes Haus vorzufinden. Kurze Zeit später eskaliert die Situation. Mama, hab doch ein bisschen Gnade mit mir, ein bisschen, fleht Estefania, als Silvia auf dem Balkon alle zusammentrommelt, um die Aufgaben zu verteilen. Warum soll ich Gnade mit dir haben, zeigt die sich von ihrer hartleibigen Seite. Sie sei gemeinsam mit Ali seit Tagen am Helfen, kümmere sich um Hob, wünsche sich nun aber von ganzem Herzen einen schönen Abend mit Ali. Lavinia Wollny ordnet die Situation ein. Selbst wenn du keinen Bock hast, bei Mama kannst du machen. Was du willst, die kommt auch mit der Pfanne und holt dich aus dem Bett raus. Als Ali kichert, blafft Este ihn an. Hör auf zu lachen. Du bist doch der, der mir morgen schreibt. Schatz, ich vermiss dich, komm zurück. Estefania Wollny, Ali und Silvia Wollny streiten sich lauthals vor laufenden RTL-ZW-EI-Kameras. Als dann beim Putzen auch noch etwas zu Bruch. Du kannst nicht einmal aufpassen, machst noch mehr Arbeit, warum verstehst du das nicht, pflaumt Estefania Ali an und rauscht sauer ab. Die ganze Wut entlädt sich jetzt an dem Menschen, mit dem sie eigentlich eine schöne Zeit genießen wollte. Ich bin auch müde, das war nicht extra, sagt Ali mit wässrigen Augen. Der Ofen ist endgültig aus, als Ali und Este gerade fertig sind und Silvia sie für einen finalen Anschiss ruft, weil die Handtücher nicht perfekt gefaltet sind. Schatz, tut mir leid. Ich habe keine Lust mehr irgendwo hinzugehen. Heute soll mich keiner mehr anspreche. Ich werde heute nichts mehr für irgendwen machen. Ich will meine Ruhe haben und das meine ich ernst, sagt sie dann zu Ali. Der romantische Abend ist abgesagt und Ali versteht die Welt nicht mehr, lässt der RTL-ZW-EI-Sprecher die Zuschauerinnen und Zuschauer wissen.